So, mal einen ganz kurzen 360er hier. Wie das eigentlich normalerweise hier häufig aussieht. Das ist mein Berg. Heute mal ohne Bombe drauf. Naja, ein bisschen Schleim überall. Normale Wolken. Hui, völlig normale Wolken. Also relativ weiß in der Oberfläche, außer da wo Schatten ist. Man kann die auf anzoomen. Die Kamera stellt die scharf. Hat die jetzt nicht so ein Problem mit. Aber wenn es denn Radareflektoren wären, Deflektoren, Entschuldigung, dann würde das nicht gehen. Vielleicht sollten wir ja den da mal probieren. Hm, scheiße. Scheiße. Irgendwie weh ist die Kamera damit, nix anzufangen. Na gut, aber wir kennen ja das. Jetzt kommt es zufällig an dem Punkt vorbei, aber denkt sich, nee, da ist nicht wirklich was. Aber das Thema hatten wir ja eigentlich schon ausgiebig behandelt. Ich wollte ja hier nur mal kurz einen guten Abendgruß rumschicken. Ansonsten haben wir einen deutlich schlimmeren Himmel schon gesehen. Das ist jetzt alles gar nix. Das ist gar nix gegen das, was wir sonst schon hatten. Aber sauber würde natürlich noch komplett anders aussehen. Da müssen wir jetzt hoffentlich nicht diskutieren. Wenn jetzt da keiner heute fünf Flugzeuge, habe ich ja bloß gesehen. Ich weiß nicht, wie viele an mir vorbeigeflogen sind, die ich nicht gesehen habe. Das haben ja heute wieder ordentlich Freunde der Beatmusik hier was ausgebracht. Gut, soviel erstmal dazu. Schönen guten Abend. Zeigen wir mal lieber noch eine normale Wolke. Da regnete zwar aus gerade, schätze ich, da hinten. Aber davon kennt ihr euch aus. Mit da habt ihr hier noch von der Krücke. Es kommt auch noch mehr. Okay, weitermachen. Hoffentlich war der Wind nicht an so schlimm. Am Anfang, ver FTD schauen. Vielen Dank.